Hallo liebe Katzenfreunde, ich bin Christen Schulitz. Ich bin Homöopathin und Psychologin für Katzen und Autorin von diversen Katzenratgebern. Heute geht es mal um die Homöopathie, mein Steckenpferd. Die Homöopathie kann so immens viel erreichen, wenn man jeweils das richtige Mittel gibt. Und das ist das Schwierige daran. Heute etwas Pauschales, Einfaches, darum kann ich das auch so rausgeben. Wenn deine Katze eine Verletzung hat, egal ob klein oder groß, Ausnahme so ein kleiner Pupskratzer, ja das kriegt der Körper alleine hin. Aber wenn du merkst, oh die brauchst du ein bisschen Anschubst, gib ihr sofort das homöopathische Mittel ARNICA. A R N I C A. ARNICA. Sofort. Am besten in Globuli die kleinen Kügelchen, so vier bis fünf direkt samstseitig hier rein streichen. Oder meinen gib ich es immer in ein bisschen Kondensmilch aufgelöst. Manche Katzen nimmt es auch pur in Wasser aufgelöst. Austesten. Sofort. Und zwar bitte in einer niedrigen Potenz. Um die Katze nicht zu überfordern. Es sei denn, es ist mega heftig. Aber grundsätzlich, wenn ihr das selber macht und nicht so viel Ahnung von der Homöopathie habt oder keine wilden niedrigen Potenzen, so hier auch, es hilft auf alle Fälle. Und zwar in dem Fall die Potenz D6, Dora 6 oder D30, Dora 30. Wenn du C-Potenzen zur Verfügung hast, so wie hier bei uns auf den Riffen, da gibt es nur die C-Potenzen, CH-Potenzen hier genannt, wählt ihr die CH15. Das entspricht einer D-Dora 30. Okay? Einmalig. Sofort und einmalig. Und dann guckt ihr schon mal. In der Regel unterstützt das super den Heilungsprozess. Also nicht wiederholen. Erstmal abwarten. Und wenn das was ganz Heftiges ist, ist ja klar, dann wird der ab zum Tierarzt. Ist logisch. Je nachdem von bis. Aber ganz pauschale Sache. Jede Verletzung, egal wie erstmal Anika. Dann muss man natürlich, wenn es weitergeht und Anika nicht ausweichen, der Körper darf nicht alleine starten. Dann kommen die Schwierigkeiten der Homöopathie. Es bleibt symptomatisch, weil es geht ja direkt auf eine akute Verletzung hin. Aber dann muss man eben gucken. Ist es doch eher eine Entzündung? Kommt alter raus? Ist es geschwollen? Ist es ein Biss? Ist es tief? Und was Spitzes kam rein? Bei all den verschiedenen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, wäre jeweils ein anderes Mittel angezeigt. Da muss man schon ein bisschen versierter sein in der Homöopathie. Aber ganz pauschal bei Verletzung, Verletzung erstmal, Arnika gehen. Arnika bitte niemals vor einer Operation, so wie Kastration gehen. Niemals. Dies macht die Runde seit Jahrzehnten im Internet oder sonst wo. Das ist fatal. Falsch. Denn Arnika macht das Blut flüssiger. Und das ist bei Operationen fatal. Also niemals vor der OP geben, sondern danach, wo wir beim Thema Operationen sind. Wenn es wirklich eine Operation war, könnt ihr danach einmal Arnika geben. Gleiche Potenz wie eben Herr B. Zum Beispiel nach der Kastration. Wenn ihr aber merkt, die Katze verpackt das alles super, braucht ihr gar nichts mehr. So wie ich es immer gehandhabt habe. Katze wurde fastiert. Ich habe geguckt, verpackt die das oder nicht. Wenn alles gut war, habe ich gar nichts gemacht. Dann schafft der Körper selber auch das Umsetzen des Narkosens. Also Arnika, pauschal bei Verletzung. Wer Lust hat auf mehr Homöopathie, dem lege ich mein Buch Symptomatische Homöopathie bei Katzen am Herd. Das ist genau diese Geschichten, wo ihr eure Katze selber unterstützen könnt bei den unterschiedlichsten Wehwehchen. Ganz, ganz viel versuchen können, ausprobieren können. So mit der Homöopathie auch mehr in Kontakt kommt. Das kennenlernt. Weil man kann so viel, so viel selber machen. Bei symptomatischen Geschichten, als auch Organbeschwerden. Das ist auch direkt symptomatisch, ist hier auch drin. Trotzdem hoffe ich, es geht euch und eure Kätzchen gut. Schnurr, schnurr, miau. Eure Kirsten Schulitz. Das haben wir Illinois. Das ist nicht mehr. Das ist ein zweifian hart,炸 Herz. Ich sch